Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft, die Yashio Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe ja mal gesagt, dass ich nicht sonderlich viel Glück habe mit Diamanten. Vielleicht wäre das noch eine Sache, die man mal in Angriff nehmen könnte. 36 Diamanten, das ist ja nichts, ist ja gar nichts. Eine neue Rüstung, dann ist alles futsch. Aber da unten hatte ich mir ja so einen Sohn, so einen Suchraster fertig gemacht, ursprünglich. Oh, was? Äh, wenn habe ich denn da? Ativg TV, hallo. Das Texturenpaket heißt Full of Life und das ist für das Grafik. Nein, es ist eigentlich für, ich glaube, 10, 2 geschrieben. Ich benutze es aber auf 11 und es funktioniert trotzdem. Ich kann das mal in Chat schreiben. So. Wo bin ich denn hier? Achso, ich bin schon umgekommen. Sehr schön. So, ähm, bei dem will ich hier, könnte ich eigentlich, wo war ich denn stehen? Ich glaube, hier, ne? Ich meine, das wäre hier gewesen. Genau. Da hatte ich mich ja schon einigermaßen durchgefühlt. So, und jetzt machen wir hier weiter. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, Ende verknüter. Können wir die Rohstoffe auch gleich mitnehmen? So, jetzt geht das. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe keinen Plan, wie das geht. Ich habe noch nicht geguckt. Zwei, drei, so. Ich bin schon nicht näher gelandet. In zwei, drei, vier. Ne, das habe ich noch nicht gemacht. Niemand was wie verzaubert. Habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Kenn ich noch nicht. Werde ich mich mal irgendwann mal mit beschäftigen mit dem Thema? Aber bis dato habe ich dann noch nicht gemacht. Das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe auch einen Zaubertisch. Woher soll ich den haben? Oder nicht gemacht? Und viel. Ich bin fast auf Grundniveau hier unten. Höhe 10 oder so. Was macht denn die ganze Erde um? Das ist ja ekelig. Nee, zaubertisch habe ich nicht. Ne, halt. Dann geht es mal. Hmm. Hmm. Ja, wenn ich für eine Gelegenheit mal mich damit beschäftige. Ich hab ja schon Glück hier, guck mal was hier so alles fällt, das ist ja super, 1,2,3,5, Ja, wie gesagt, wenn ich mir einen Zaubertisch bauen wollte, brauche ich ja nur einmal kurz Minecraft Wiki gucken, dann habe ich das ja schon, aber bis dato habe ich das noch nicht, ne. Ja, gut, so kann man das natürlich auch sehen, aber wie gesagt, das ist ja, ne, mich da gerade schon mal geraume Zeit mit beschäftigt, ein Namensschild zum Basteln. Das hatte dann auch nicht so wirklich funktioniert. Eigentlich wollte ich jetzt hier mal nicht tüfteln. Einfach ein bisschen Material heranschaffen. So. Oh, schon muss ich erst mal nach oben, ne. So. 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 Hier geht es um die 1000, aber die sind nicht hier extra für Stream angeschafft, muss ich dazu betonen, also so verrückt wäre ich jetzt nicht. Der kommt raus, das kommt da oben in den Ofen, das darf unten einsortiert werden. Olo kommt da, so Fluffikowski. So, erstmal brauchen wir Papier. Und den knappen Rohstoff Leder. So, warte mal. Das war, mein ich, so ne? Ne, oder stopp. Ein Buch. Ein Büchlein. So, Büchlein haben wir schon. Tada. So, Obsidian habe ich auch noch im Angebot. Oh, nochmal im Angebot, genau. Ah, zwei Diamanten. So, jetzt bist du doch. Jetzt bist du an der Reihe. Mhm. Hmm? Hmm... Genau. Uuuuh! Da ist er, der Zaubertisch. Hmm, hmm, hmm. Das schon mal wurde, also. Schauen wir uns das doch mal an. So. Effizienz. Effizienz war ja nicht. So, jetzt habe ich zumindest schon mal eine mit Effizienz. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. So, jetzt ziehen wir mal auf Haltbarkeit. Ah, komm, machen wir die auch noch gleich mit her. Hmm, 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 hmm. Wenn's nicht Kai. Genau. Komm, du kannst nicht. Komm, du kannst, uns nachdem. Okay. Komm, du kannst, uns zuwärtsen. Komm, du kannst. Komm, du kannst, dich mir einfachen. Wenn, du kannst. dragons. Mal geht es glaube ich nicht, ne? Ne, schade. Ja, immerhin, ne? Hat ja schon mal ein bisschen was gebracht. Jetzt haben wir noch einen Zaubertisch dazu. Öfter mal was Neues. Und bunte Schafe. Und verlaufen uns auch. Darf ich da mal was machen? Tja, immer noch ein bisschen. Achso, warte mal. Vielleicht sollte ich noch ein paar Fackeln mit runter nehmen. Nicht schon mal dabei. Schafe. 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 So. Na ja, Glück hat es nicht gegeben. Leider nicht, leider nicht. So, versuchen wir es mal weiter. So. So. Und dann haben wir da Jonas. 30901. Moin. Wo spät noch? Die Augen offen. Wahnsinn. In Himmelland. Ah. Da war ich glaube ich schon drin. Und wie ich da schon war. Und wie ich da schon war. Mhm. Da ist er. Also das Suchraster ist eigentlich super. Das heißt, du gehst 3-4 voran. 1, 2, 3, 4. Und dann einfach 1, 2, 3, 4 zur Seite gemacht. Da hab ich zumindest recht viel Erfolg mit gehabt. Oh Gott. Hm. Was war's? Morgen. 0 Sport. Deutsch, Englisch, Mathe. Und Mathe schreibe. Oh. 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 Oha. 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 Du kannst das bestimmt alles. Oder? Mit zuhenden Augen sozusagen. Ja dann. Dann. Hahaha. Er braucht dann schon Schlaf. Hör mal. Hahaha. Oh. 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 Okay. Bist du das schon gewohnt ja 1 oder 2 abzuräumen? Da habe ich hier eine scheiß Lage erwischt, da kommt hier irgendwie gar nichts raus, doch jetzt, 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 jetzt. Ui, loggelehr. Hm? Mi 3 als Note, Mathe oder was? Oha, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Schuss. Schön sich. Ich kann jetzt nicht gerade sagen, dass ich irgendwie jetzt sonder schlecht in der Schule war, aber... 4,1er ist schon... Ja, doch. Nee, ich glaube, 4,1er hatte ich nicht zusammen. Nee, 4,1er war es nicht. Oder meinst du die Arbeiten? Oder... Zeugnis? Nee? Der Nägelandet? Wie? Da habe ich auch schon gewühlt. Redstone und Eisen, hier kriege ich es. Bis letztes Jahr als solch eine Note nur knapp eine 1 vorbei. Wertung 1,7... Ui, ui, ui... Nicht schlecht! mm, hm, 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 hm... viel für gelernt oder fliegt denn das eher so zu man gibt ja beides immer so der lerneifer und natürlicher leute denen das zu fliegt wie er da eigentlich gar nicht so groß für machen müssen schon eine geile leistung irgendwo redstone dann brauche ich auch noch eine fackel hin das ist besser ja das hätte ich auch gerne gehabt alles zu fliegen hat ja schon mal aber ist jetzt nicht so dass du dich in der schule langweil sondern ist nämlich gefährlich und spannen auf einmal ganz schnell ab und meint auch woher sowieso nicht machen und auf einmal kommt eine sache für die man wo man nicht so durchblickt und dann erst mal bleiben ob die watte quält wie sagt man dann mal weiter immer so immer weiter immer weiter dunkel aber müde in der schule wäre auch doof oder ich habe das nie so toll gefunden habe ja auch schon oftmals die nacht zum teil gemacht früher weiß ich wohl noch aber angenehm ist auch etwas anderes da sitzt und dunkel ja moment aber nicht mal wenn er dann da sitzt und die ganze zeit versuchen muss die augen aufzuhalten die wenn er dann so wenn dann Für mich wäre da nix mehr. Uh, er gelandet. Was? Hä? Ach so, haben wir im Kreis ge... Ich denke schon, was denn hier passiert? Oh, so fast da. Zack. Ach, da hinten ist was. Threadstone, glaube ich. Oder? Nee, Eisenherz. Und einer? Oh. Ist ja doof. Da kann man nur Daumen drücken und sagen, weiter so, ne? Gibt ja nichts besseres, wenn man sich nachher mit einem echt richtig geilen Zeugnis bewerben kann. Das ist ja noch so. Das ist ja noch so. Das ist ja noch so. önbsbüppischzeneseseseseseseseseseseses. Das ist ja noch runter. schick hier sitzt noch einer wenn ich in dem beruf jetzt momentan nicht arbeite sondern im sicherheitsdienst bin aber lernt habe ich das Nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Zufall, ne? Gut, dunkel hier. Ah, besser. Das sieht in der Redstone aus, sollte man mitnehmen. Kohle, Eisen, Mann, 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 Mann. Der Wachbruch Gold auch noch. Oh! Echt? Ne, das ist schade, sowas. Wieso? Ist das nicht so geklappt bei ihm? Da sind wir los. Wo knurrt mich denn hier an? Was knurrt hier? Na ja, vielleicht ergibt sich da bei ihm ja auch noch was. Nur weil mir den Start nicht so gut geschafft hat, heißt das ja lange nicht, dass das so... So bleibt. Der wäre jetzt aber beinahe, wäre der doch beinahe böse geendet hier. Irgendwie rum? Ja, riesig. Na, was kann ich hier? Da kann Wasser mit, dass ich da drüberschütten kann oder so. Ich fange mir das. Und dann! Und dann! Und dann! Und dann! So! Was ist das? Das ist gut, man! Okay, das ist gut. Du bist dann nicht immer so... Du bist dann nicht auf. So, weiter. Zwei, drei, vier, fünf. So, nur noch mal lesen. So, nur noch mal lesen. So, nur noch mal lesen. So, wir müssen noch mal drücken, das hat jetzt klappt. Aber es ist ja schon mal was. Ach, Oberschule, raus. Oberschulreife. Auch nicht? Gut. Da wird sich bestimmt noch was ergeben. wenn ich das eine dann was anderes irgendwas ergibt sich immer es sei denn natürlich man setzt sich in der ecke und steckt den kopf in den sand dann ergibt sich nichts von selbst kommt nichts angelaufen erfolgt hat drei buchstaben eu denn einfach tun da passt das so ein bisschen also ein bisschen wühlen wir uns noch durch dann geht es erst mal wieder nach oben oder ist noch was der mann wär mal cool gewesen ich hab wieder kein glück mit dem zeug hier eisen satt und schmutzig guck dir dann an ich kann man zusammen aber wie ich versuche hier so sachen zu kriegen wie diamant jetzt eigentlich auf der suche nach bin ich in die kohle eisen redstone bloß nichts anderes noch mehr redstone voll irre redstone 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 voll irre da geht es weiter jetzt mal ein anderer gang ja nun vom finanzamt ja ist natürlich klar also wenn man jetzt irgendwo seine man sagen so ein vorhaben nicht gelingt klar logisch dann ist man natürlich erstmal ein bisschen an dem motiviert das ja auch so ein bisschen man sagt warum ich doch jetzt alles so schön sein können aber wichtig ist halt dass man das andere gibt sich dann ergibt sich dann von selbst oder weniger so das wo bin ich wo ist denn das ergangen da geht es weiter wo ist denn das so ich habe irgendwo den falschen abzweich genommen habe ich habe ich habe nicht gemacht ja hattest du nicht mehr mit mitbekommen mitbekommen extra wieder hochgegangen um den zauber tisch zu taten nein zauber tisch allerdings ist haltbarkeit rausgeworden nichts anderes oder sport an sich es gibt unheimlich viele die was drauf haben was betrifft das werde ich gleich mal gerne in angriff nehmen wie werde ich denn auf das nehmen wir noch mit warum ist noch kohle hier machen sie nix bücher regalen wie viele denn das da wie bei der karte in der mitte in den zaubertisch außen für bücher regale oder was so da ist der langen gang und hier geht es in die andere Richtung ja das kann man ja trotzdem immer machen so was man sich halt ein bisschen hocharbeiten in dem bereich dann geht das dann mache ich hier eben noch den mal kurz hier ein bisschen gerade auswühlen so damit ich weiß wo es weiter geht und eine Fackeln setzen so jetzt bin ich glaube ich sowieso voll da war sowas von dann gehen wir mal wieder hoch so vielen dank fürs zuschauen ich hoffe der stream hat euch gefallen wenn ja lasst mir doch ein follow da und dank für die youtube videos und abo für den kanal macht's gut bis dann bye bye